Ich habe die Perlen mitgenommen, ich habe mit ihm geredet, mit ihm geredet, ich war hier noch nicht dran. Ich will speichern. Gerade durch, wie das zu Unterschlupf gespeichert. Mit Miau habe ich gesprochen, mit Kopftuch habe ich auch gesprochen und mit Diggi habe ich auch gesprochen. Darf ich jetzt raus? Jetzt darf ich raus. Na wunderbar. EFAAFE. Einer für alle, alle für einen. Carlson und Peters, Seite 823. Okay. Da bist du halt dabei. Kann ich mit dir sprechen oder machst du nur ein Spielchen? Weg. TNA. Team nicht auflösen. Ich dachte gerade, als wären wir im Kinofilme, die gerade laufen. Alphas raus! Alles für Irish! Lappens raus! Alphas raus! Alles für Irish! Eifertal im U-Quartier! Oh! Kohle! Hey, hey! Ich glaube, wir haben einen Weg hinein gefunden, Miss Jade! Oh! 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 ILLwide! Ich habe hier noch eine Erinnerung, dass es hier einen quadratischen Schlüssel gibt und dahinter sind Tiere, die ich fotografieren kann. Das werde ich jetzt tun. Okay. Oh! Ich hab' die Tiere ja schon aufgabt. Ja. Ratsen. Und Bohle! Und ne Perle. Code eingeben. Oh, was gibt's hier oben? Nichts. Ah, hier war noch ne Perle. Die Tiere hatte ich ja schon. Oh, okay, okay, das ist gut. Gut, dann heißt es für mich jetzt... ...wieder zum Powercraft zu fahren, äh gehen. Und dort... ...von dort dann, äh, zum... ...Unterschlupf da zu gehen, Quatsch zu fahren. Lächeln, ja. Die, 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 die... ...Werkstatt, Werkstatt. Miss Jade, ein Fischer gab mir eine Perle, die er in einer Höhle fand. Ich biete sie zum Verkauf an. Interessiert, kommen Sie vorbei. Bei dem muss ich nochmal vorbeigommen, oder? Erstmal fange ich in die Werkstatt, weil ich hab jetzt 10, ich brauchte 10, und jetzt krieg ich da, äh, was gewissen. Und vor allen Dingen ist die Musik. Aha! Kommt rein, Freunde! Willkommen! Sprung geht. Fünfzehn. Ich... ...Brechenzessen. Es sind 15, Darlene. Für Sprung geht... ...fünfzehn. Bis später. Okay, das heißt, ich muss jetzt... ...zu... ...Dingenskirchen und Tim. Komm, ich mach jetzt mal das zweite Rennen. ...Hallo, wenn das noch heutzutage ist, wenn es die Tür ist. Das wird ein unglaubliches Rennen. Blut, Gewalt, Spaß für die ganze Familie. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen... ...haben noch drei Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Mal gucken, ob ich das schaffe. ...drei Sekunden und dann schnurren. Drei, zwei, eins... ...und los! ...und los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jawohl, das war locker Miss Jane Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Jawohl, schneller Miss Jane Ernst weiter Okay, ich kriege wenigstens ein bisschen Geld Aber das hilft jetzt nicht Die alten, die schwachen und die wehleidigen Haben noch 3 Sekunden Haben noch 3 Sekunden um zu ihrem Streckzeug zurückzukehren Hier haben wir Drei, zwei, eins, von los! Drei, zwei, eins, von los! Drei, zwei, eins, von los! Fertig, zwei, eins, von los! Die letzte Runde für die kleineren Penale! Die letzte Runde für die kleineren Penale! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Was für Loser! Was für Schwächlinge, Misty! Wir haben fünf Finger, haben wir gewonnen! So, für den muss ich mich auch verzeichnen, ja? Rennen! Zwei Sieg! Und noch mehr Kohle! Oh, schießen wir! Und raus da! Genau, ich wollte so den Min... Ah und so... Wie ist der? Min... Min zuhörst, glaube ich. Okay, wo hätte der noch seinen Laden? Wir haben jetzt... Hier nicht... Hier geht's auch nicht... Habe ich hier eigentlich eine Karte? Und wo ich hin muss? Ich habe hier nur noch ein paar Perlen... Ein paar Tiere... Keine Tiere! Ja, nur noch... Und wenn der Wunderschweck... Und das zuhörst... Das wird nicht los! Sind die Träger... Auf... Da geht's Dir... Komm! Komm! Hey! Wenn ich bin! Du bist nicht los! Komm! Hallo! Ich weiß nicht, Du bist nicht das nicht! Ich kann hier auch nichts mit den hier einrichten. Ja, das soll ich dann. Okay, dann geht er raus hier. Ich will hier jetzt die Teamladen. Ich kann ja hier nochmal reinhauen. Kontoidentifizierung okay. Okay, so eine Perle. Und drei von den fünf wieder. Die Kebabs. Kebabs. Bist du der... Oh man. Hallo Minzu. Wir wollen ja nicht, wir wollen einfach mal einen Prozess. Kontoidentifizierung okay. 3999 bist du denn irre. Oh man. Muss wohl sparen. Nein, ich bitte kann ich den lassen. Okay, das ist mir. Okay. Achso. Ich gehe jetzt einfach mal so zu diesem Rennen dahinten. Wir treten es ja jetzt. So, dann kommt was. Mango. Schwarze Insel. Fabrik. Stadt. Basis. Schlachthaus. Da scheint der Eingang zu sein. Territoriale Begrenzungsbarriere. Ohne Sprungkit nicht zu überwinden. Okay. Hangar. Ah, alles klar. Da wird es noch gar nicht so. Okay. Okay, ich muss da hin. Ich kann aber nicht, weil ich... äh... nicht längskomm. Nicht dieses Sprungkicker. Hm. 15 Perlen. Und ich hab nur... 13. 14. Gibt's für diesen Rennen die zweimal? Gibt's für diesen Rennen die zweimal? Gibt's für diesen Rennen? Oder? Ja, wisst ich noch, wo ich... Nee. Ich versuch's mal. Okay. Gut. Vielleicht hilft das ja, wenn ich das Rennen nochmal gewinne. Ich versuch's mal. Gibt's für den Rennen. Ich versuch's mal. Die alten, die schwachen und die wehleidigen... ...haben noch drei Sekunden um zu ihrem Streckzeug zurückzukehren. rückzukehren oder gibt es hier das wäre natürlich auch schauen wir mal ob ich die strecke jetzt schon 3, 2, 1 und los das dürfte die stecke seine fusion konnte die zweite runde für die kleineren fängerin china die 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 Oh, 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 oh. Für die Kleine Anbänderin! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Was für Loser! Was für Schwächlinge, Miss Jane! Okay. Geil. Nichts. Geil. 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 Geil.